Ja, hallo, zusammen wieder zurück bei Inquisition. Wir stehen hier vor den durchfluteten Höhlen in Kammwald und können da jetzt reingehen. Das machen wir jetzt mal. Okay, jede Menge, was weiß ich, Untote oder was? Was ist das hier? Okay, wenigstens mal hier schöne Fackel, alles anzünden. Wollen die was? Ne, ne? Das interessiert die alle nicht. Okay. Schön alles anzünden. Einen Weg auch wieder zurückfinden. Niemand ist es ja natürlich irgendwie crazy. Okay, geht's hier irgendwie übelst runter oder was? Ja, da geht's doch noch irgendwie rum, oder? Ja. Paragonschimmer. Und da geht's auch noch rein, oder was? Oha, naja, da habe ich jetzt keine Zeit zu. Ich will jetzt erstmal hier kurz die crazy... Also bevor wir runtergehen, gucken wir uns das hier erstmal an, ne? Ah, okay, da kommen sie. Wir haben sie auch einen gehängt. Ganz toll. Ja, zwei wenige. Ping. Ja, nett ist anders. Gut, hier ist aber auch nichts. Gut. Okay, Kiste haben wir durch. Und wir hatten so eine mittelschwere Rüstung. Ich könnte mir vorstellen, dass wir die schon tragen können. 22. Ja, ein bisschen netter. Tauschen wir doch mal. Was ist denn mit dem hier? Kann der die tragen? Nö. Und den da? Äh, wo ist der andere? Äh, mhm. Hm. 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 Mittelschwere für Schurken. Okay. Wo ist sie? Da. Yes. Hä? Wo ist sie? Mittelschwere. Ah, wir haben natürlich eine bessere. Gegapanzerung ist ja eigentlich schon mal not too bad. Könnte sie auch tragen. Sieht auf jeden Fall cooler aus. Ja. Okay. Mehr dazu später. Gucken wir mal. Wir haben jetzt so eine doofe, so eine doofe Mütze auf. Oh. Da war das mit den Flügel schicker. Naja, egal. Nö. Der Helm ist echt hässlich. Gib her. Ich will das wiederhaben. Wie hieß sie? Kapuze des Aufsehers. Gib mir meine Mütze wieder. Äh, Helm. Okay. Okay. Okay, tragen tut das Ding ja im Moment die Sarah. Helm des Wächters. Nimm die Kapuze des Aufsehers. Auch gut. Ja. So. Bitte schön. Okay. Das sieht besser aus. Weil es geht gar nicht, ey. Da bin ich ja noch schon eitel. So. Okay. Es geht hier immer tiefer. Irgendwie in die Katakomben. Gucken, was hier noch kommt. Hier kann man wieder abzweigen. Und hier geht es noch tiefer runter, oder? Nein. Okay. Man muss hier lang. Geh mal weg, Mensch. Ah, da hinten sind schon die ersten Häschen, die eins drauf haben möchten. Okay. 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 Okay, das war das. Was war's doch dann jetzt aber hier nicht, ne, für das Ding, das kann ja nicht sein. Ah, es geht hier viel tiefer runter, okay. Kann ich übersehen. Okay, gucken wir mal, was hier noch so los ist. Oh, jetzt wird's dunkel. Diese Gegend birgt mehr Geheimnisse, als ich gedacht hätte. Heilige Schande, ey, wo sind wir denn hier gelandet? Okay. Ah, da hinten ist so ein böser Roter. Ich krieg die Krise und es scheint mir auch irgendwie... Ja, komm, mal gucken. Hallöle. Oh, der ist groß. Ah, scheint mir aber übelst der Boss zu sein. Jetzt noch mal gucken. Aber so richtig schwer ist er jetzt im Moment noch nicht. Okay, kaputti. Das war easy. Gut. Das war gut. Das ist gut gelaufen. Laufen. Jetzt geht's hier irgendwie lang, aber nicht zu weit. Jetzt müssen wir an der anderen Seite kommen, ne, ja. So. Das war das. Wie komm ich denn da rum? Muss man ganz irgendwie hier irgendwie außenrum? Ja, nicht, dass man da lang käme. So jetzt auf jeden Fall. Auf den ersten Blick nicht. Ah, ja, Lämpchen an. Das war aber doch noch kein Boss, weil hier geht's ja noch richtig weiter. Da ist eine Tür. Da kann man was einhauen. Hier gibt's... Ah, Moment mal. Getränke. Und da ist ein Riss, oder was? Okay, verstehe. Ist das zufälligerweise der Riss? Nein. Nicht der Riss, den wir suchen. Kann ich hier dann nochmal ein Getränk nehmen. Und dann greife ich mir mal hier das Lager. Ist auch alles wieder voll, ne? Ja, sehr schön. Ah, da können wir mal reinhauen. Oh, okay. Upsi. Okay, gehst du hier rauf. Was ist denn hier los? Ich habe gefunden Teile 4 von 12. Na, ist ja noch nicht so viel. Ich dachte, ich hätte da schon mehr gefunden. Ring der Blockdurchdringung. Yeah. Wofür immer wir den brauchen werden. Okay, hier geht's wieder rauf. Und dann geht's wahrscheinlich... Gleich zum Riss, oder? Hier gab's jetzt nichts mehr. Aber war hier nicht noch links irgendwas? Links, genau. Dann machen wir erstmal auf. Uah. Riesenhütte. Ja, das gucken wir uns erstmal an. Weil wer weiß, wo es weitergeht. Ich denke mal, da, wo es grün war. Kann ich da durch? Ich glaube nicht, ne? Okay. Das ist jetzt schon 5 von 12. Das ist ja nicht schlecht. Ja. 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 Man, äh, Leute. Das krieg ich jetzt nicht mehr in mein Pfadfindergedächtnis rein. Wie komm ich denn da hin? Laufen? Geht das? Ja. Also da geht's irgendwie komplett raus. Scheinbar. Da war noch irgendeine... Ich hab die verpasst. Truhe. Da oben. Ja. Die Riesentruhe. Ich lauf dran vorbei. Wow. Okay. Fertzer Oberstab des Blitzes. Nicht kaputt. Okay. Wir laufen aber mal kurz hier hinten durch. Da geht's wohl dann wahrscheinlich wirklich irgendwo raus, ne? Kann ich da durchgehen? Da wird's dann wahrscheinlich komplett rausgehen wieder, ne? Okay. So sieht's zumindest mal aus. Höhle verlassen. Okay. Wollen wir jetzt erstmal nicht? Richtig wäre so ein bisschen... Ja. Richtig wäre es mal... ...den Überblick zu behalten. Da sind wir hergekommen. Da sind wir reingegangen. Hier gehen wir wieder raus. Okay. Ah, was hängt denn da oben? So voll ugly. Okay. Da waren wir, da waren wir. Das scheint vollständig zu sein, ne? Also da ist okay. Hier müssen wir jetzt lang. Um mal zu sehen, wie es weitergeht. Ja. Wir können durchs Wasser durchlaufen. Ah, okay. Sehr schön. Ah, coole Sachen findet man hier unten. Das ist echt... Was pinkt denn hier? Also hier ist es nicht mehr. Muss ja irgendwo anders sein. Okay. Okay. Wir müssen raus, denke ich mal wieder. So. Bleibt uns eigentlich nur, da drüben reinzugehen, ne? Machen wir das. Ja, komm. Das ist der Job. So, erster Schritt getan. Wo sind sie? Weg. So, Riesenhöhle hier. Ja. Da kommen noch mehr. Ja, klar. Gut. Langsam werde ich nämlich warm. So, Riesenhöhle hier. Ich ziehe mich zurück. Okay, das war's. Super. Okay. Das war gut. Und... Lasst uns den Bürgermeister informieren. Aber Moment mal. Wo sind wir reingekommen? Gab's hier mehrere Eingänge? Also da ist ja einer, ne? Das war's schon. Für so eine Riesenhalle. Bitte. Inquisitionsbonus plus eins. Sehr schön. Ah. Wollte Gott sagen, es muss auch irgendwo nur eine kleine Schatzkiste sein. Okay. Nee, haben wir nicht. Also eine kleine, mickrige Kiste. Ach. Ich hatte jetzt auf den Schatz des Jahrhunderts gehofft. Gut, dann gehen wir durch diese... Na, wo waren das jetzt? Da durch, ne? Gehen wir durch diese Leiter raus, oder? Wenn wir sie den clever finden. Was blinkert denn da hinten noch so? Achso, das ist das Ding, was wir angeschaltet haben. Ging's doch hier irgendwie lang zur... zur Treppe oder sind wir gleich schon wieder draußen? Wo sind die Leiter? Hier lang und dann da durch, ne? Und dann da rauf. Ja, genau. Okay, gucken wir mal. Okay, wo sind wir hier? Achso, einfach nur aus der Hülle raus, ne? Ja, okay. Aber wo ist das hier bitte? Okay, das ist Altkammwald, da müssen wir noch hin. Da ist der Bürgermeister scheinbar. Dahin ist so ein crazy Riss. Also, boah. Sind wir hier noch nicht ganz fertig. Gibt's hier noch was Leckeres? Ah, Levelaufstieg für die Leute. Sehr gut. Und hier raus. Hier raus. Ah. Achso, ist gar nicht geschlossen. Das ist der Hebel, ne? Oder? Ja, okay. Ja, okay. Dankeschön. Das ist der Hebel. Wer bist du denn? Der sieht aber nicht so einfach aus. Okay, der will es wissen. Wo ist er? Der sieht ja cool aus. Okay, aber Yet another Riss. Ja, genau. Das sieht nur ein bisschen Energie ab. Ah, da kommt der nächste Schritt. Ah, das war's schon. Okay. Anfänglich sah das echt ganz schön übel aus. Okay, was haben wir? Da. Ah, das könnte klappen. Oh, wartet. Nein, ich hab noch eine bessere Idee. Eiscreme in Bier. Ja, klar. Das ist zwar nicht ganz dasselbe, aber warum nicht? Es schmeckt bestimmt scheiße. Das wird großartig. Haha. Ach, war doch noch was. Da war doch noch was. Weil Elfenwurzel, dass sie hier nicht mehr rumstehen. So, wo sind wir hier überhaupt? Weil wir sind irgendwo rausgekommen. Und jetzt kann man hier nochmal durchgehen. Cool. Das machen wir auch. Weil das war ja vorher irgendwie entweder nicht zugänglich oder wir haben es nicht gefunden oder beides. Das ist echt ein bisschen komisch, ne? Weil das sind wir noch gar nicht gewesen scheinbar. Tja, es ging alles durch die Höhle und durch die Höhle wieder raus. Eisen. Ich guck trotzdem mal, was da oben auf dem Hügel vielleicht noch sein kann. Natürlich nichts. Ich will das einsammeln, Mann. Okay. Heute nicht. Ist das da jetzt schon Kammwald oder ist das was ganz Neues? Hm. Kann Kammwald sein. Jo. Ah, hier sind wir rein. Okay, verstehe. Gut, was ist eigentlich die Mission jetzt noch? So, ich laufe ruhig mal da durch oder da durch. Ist ja wurscht. Weil wir wollen zum Bürgermeister. Das ist schon mal klar. Aber wir müssen auch mal hier oben noch hin, oder? Weiß ich nicht. Was war denn? Ich dachte, wir hätten noch einen Riss. Da ist der Bürgermeister. Können wir uns aber gleich schön hinbeamen. Das geht schnell. Aber hier war noch was, ne? Ach so, hier. Das ist Altkammwald, die, äh, dieser komische Geist, der da rum hing, ne? Laufen wir mal eben hin. Oder? Er ist zum Bürgermeister? Hm. Wenn es jetzt nicht so weit ist. Hä? War ich hier überall noch nicht? Das kann aber nicht sein. Ich dachte, ich wäre Generalstabsmäßig hier durchs Dorf gewandelt. Hätte mir das alles angeschaut. Aber nicht so. Hinter mir, okay. Ach so, ist die Leiter. Ah, alles klar. So, sorry. Ich brauche jetzt mal, äh, ich beam mich zum Bürgermeister. Wo ist er? So. Und der Bürgermeister ist doch jetzt irgendwo hier rauf, oder was? Ne. Darauf und rum, meine ich. Schnellreise. Genau, hier müssen wir rauf. Der Schleier hier ist schleirig. Oder irgendwas in der Art. Hallo, hallo, Herr Bürgermeister. Wo ist er denn? Stand da vorne vor der Tür, oder was? Ich denke, LeBud hat vor zehn Jahren den Damm geöffnet und Alt-Kamwald überflutet. Ich war es. Insgeheim in dem Nacht, in der Nacht ihres Angriffs. Die Untoten, ihr, okay. Er hat das Ding hier einfach mal rangemacht. Nett. Der ist aber böse, der böse Bösewicht. Aber er hat es ja nur gut gemeint, ne? Tut mir leid, ja. Ein Brief mit einem Geständnis des Bürgermeisters? Da steht, er habe Alt-Kamwald vor zehn Jahren geflutet, um zu verhindern, dass sich die Verderbnis weiter ausbreitet. Er hat sie erseuft? Im Schlamm? Och, diesem Bürgermeister verpasse ich einen Pfeil zum Tee. Der Bürgermeister ist von Schuld zerfressen. Ich bezweifle, dass wir es ohne sein Geständnis je herausgefunden hätten. Die Dorfbewohner werden nicht glücklich sein, wenn sie davon erfahren. Okay, wir müssen noch mal Alt-Kamwald, ne? Kann man sich da hinbeamen? Mal gucken. Bzzit. Nö. Doch, hier, zum Lager. Warum nicht? Okay, kurz mal rasten. Und, ähm, auch noch mal Ertränke. Okay, aber aber auch noch mal hier Requirierung angucken. Tick, 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 tick. Nix. Ah, ihr seid mir... Eisen. Klar, Elfenwurzel, 30 Stück, ey, die haben es doch nicht mehr. Na gut, bam. So, Tisch kaputt gehauen. Inquisitor? Ich hab nix zu erzählen. Ja, dann nicht. So, und wir wollen ja eigentlich mal kurz eben da nochmal hinlaufen, ne? Komm her. Piep. Richtung ist die, okay. Oh, wow, was bringt hier alles? Okay. Okay, gucken wir mal eben, dass wir diesen Geist da finden. Es geht, glaube ich, um dieses... Ja, das ist das Haus. Ich glaube, ich verstehe jetzt, ihr kämpft. Ja? Der Dämon des Zorns in den Höhlen ist tot. So wie ihr es befohlen habt. Ich habe nie daran gezweifelt. Nun, da meine Herrschaft anerkannt wurde, kann ich diesen unveränderlichen Albtraum verlassen. Eure Belohnung. Nutzt sie weise. Ja. Genau, Amulett, der macht. Hm. Nun gut, aber plus 200, das ist schon okay. So. Macht plus 2 ist auch gut. Ach, wer will das denn jetzt hier? Okay, ähm... Es gab hier noch... Oh, was ist denn hier hin? Alles los? Ach du Schande. What? Ausrottung der Banditen. Ach so, die brauchen wohl ordentlich... Ja, okay. Okay, das können wir uns noch mal eben kurz angucken. Aber... Die nächste Session liegt an. Was ist denn hier bei den crazy Ausrufezeichen? Wo ist das? Upsi. Äh, wo ist sie? Da. Bam. Kurz hinlaufen. Gucken wir mal, was das ist. Ja, danke. Ah, da waren wir eigentlich schon mal. Hätte ich jetzt zumindest gedacht. Aber... Gucken wir mal, was hier los ist. Ihr zur rechten Hand ist erbaut. Ihr ehrt uns, Inquisitor. Ich bin Schwester Worn. Störe ich euch bei einer Trauerfeier? Wir haben durch den ersten Angriff zahlreiche Freunde verloren. Uns bleibt noch endlos viel Zeit, um zu trauern. Was ich jedoch fürchte, ist die Frage, wie viele wir dem Scheiterhaufen noch übergeben werden. Ihr wollt die Leichname vom Grunde des Sees werden? Sie waren die Kinder des Erbauers. Ihre sterblichen Überreste haben etwas Resseres verdient, als dem Morass überlassen zu werden. Außerdem wird eine Trauerfeier auch den Lebenden helfen, Frieden zu finden. Aufeinandermal. Möge Andraste euch leiden. Gefundene Leichen 0 von 3. Okay, muss man irgendwie die Leichen einsammeln. Na, sehr lecker. Okay, aber auch das machen wir erst mal in der nächsten Session. Bis dann. Ciao. Ciao.